Weil ich bin irgendwie unfähig, dieses Ding zusammenzulegen. Guten Morgen, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist mal wieder Montag und ich habe wieder Uni. Ich habe gerade auf Backbrötchen gemacht, wie ihr sehen konntet. Und esst jetzt und dann gehe ich los. Guten Morgen jetzt auch mal von mir. Ich sitze schon am Schreibtisch. Ich habe gerade gefrühstückt und habe mir hier einen Tee gemacht. Und werde jetzt den neuen Vlog schneiden, der heute online kommt. Dann werde ich außerdem mein Hauptkanal-Video schneiden, was morgen online kommt. Dann muss ich ganz dringend E-Mails machen und ich muss was für die Uni machen. Also ich glaube, ich werde meinen Schreibtisch nicht verlassen. Und ich hoffe, dass Alex heute noch irgendwas Spannendes macht, damit ihr noch was Spannendes zu sehen kriegt. Außer mich am Schreibtisch. Ich bin wieder zurück aus der Uni. Es war eigentlich echt voll interessant. Ich habe wieder ganz viel über Kunststoffe und Zeug gelernt. Dann waren wir jetzt noch am Schluss in Supermärkten und haben so einen Benchmark gemacht. Und haben geguckt, was gibt es da für Produkte, was könnten wir dann konstruieren. Weil wir müssen ja ein Produkt quasi oder eine Verpackung konstruieren. Und jetzt habe ich mir gerade was zu essen gemacht. Es gibt die Reste von gestern. Da haben wir nämlich Nudeln mit irgendwie Zucchini und Aubergini mit Zwiebeln und Sahnesoße. Wie ihr sehen könnt, bin ich mal wieder hier unten im Keller. Ich habe nämlich vor, da hinten, diese Wand könnt ihr sehen, die möchte ich jetzt grün streichen, weil wir haben noch grüne Farbe übrig, die habe ich gefunden. Und zwar wegen einem Greenscreen. Ich möchte es unbedingt mal probieren, wie das aussieht, wenn man das filmt. Ob man sich da wirklich so leicht rausschneiden kann. Also ich muss natürlich auch eine gute Beleuchtung haben und so bla. Aber ich probiere das jetzt auf jeden Fall mal. Diese Farbe ist, glaube ich, definitiv zu hell. So, die Wand da hinten ist grün, wie ihr sehen könnt. Wenn ihr den Vlog jetzt schaut, ich weiß nicht, ob es genau funktioniert, aber dann müsstet ihr da jetzt irgendein anderes Bild sehen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wir werden es sehen. Hello, meine lieben Freunde. Ich dachte mir, ich gebe euch mal wieder ein kurzes Vlog-Update. Ich sitze mich immer noch am Computer, wie ich es schon vorher prophezeit habe. Und ich habe noch längst nicht all das geschafft, was ich schaffen wollte. Es ist mittlerweile fünf. Ich schneide jetzt seit 6,5 Stunden an dem Video, was 3,5 Minuten lang ist. So, naja. Weil ich eben ganz, ganz viel so animiere und bla. Also ich verkünste mich da ein klein bisschen, weil es eben einfach nur so kurz ist. Also wollte ich euch gerne so mit Effekten ein bisschen was bieten. Und draußen regnet es. Alex ist unterwegs noch. Noch mal was besorgen. Mit dem Fahrrad, glaube ich. Der Arme wird ganz schön nass. Und das Dumme ist, also ich quatsche euch jetzt einfach ein bisschen random zu, weil ich dachte, ich muss mich jetzt mal kurz mit jemandem unterhalten, weil ich die ganze Zeit nur so schweigend vor meinem Computer sitze. Also das Dumme ist, wir haben in diesem Raum die Deckenlampe. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr genauso seid wie ich. Ich hasse nämlich Deckenlicht. So grundsätzlich einfach. Auch wenn es schönes Licht macht, aber ich finde Deckenlicht ist einfach ungemütlich. Ich stehe total auf indirektes Licht. Oder zumindest auf so kleine Lampen. Dann haben wir hier die Schreibtischlampe. Und sonst aber nichts in diesem Raum. Deswegen ist es ziemlich dunkel. Ich hätte hier hinten gerne irgendwie eine Stehlampe. Das war jetzt einfach so ein Random Fact. Ich möchte gerne so eine von Ikea, diese Papierlampen oder so, wo wir auch im Wohnzimmer eine von haben. Vielleicht da irgendwie bei der Palme oder so. Mal schauen. Ja, deswegen ist es ein bisschen ungemütlich. Aber ich muss jetzt das Video noch fertig machen. Und dann ganz, ganz dringend noch E-Mails machen, weil ich so viele unbeantwortete E-Mails habe, weil ich irgendwie in letzter Zeit da noch nicht dazu gekommen bin. Soweit weiterhin mein Plan und das Update. Und warum habe ich eigentlich solche Augenschatten? Alex ist wieder da und wurstelt irgendwas im Keller. Ich habe mir den Keller noch nicht so genau angeschaut. Deswegen werden wir das jetzt mal machen. Und wenn Alex unten irgendwas macht, dann macht das einen ganzen Haustrach. Hallo. Hallo, hallo. Ich habe Strom verlegt. Von hier oben raus habe ich sie ihn geholt. Und das ist unser Strom, oder was? Ja. Ich glaube schon. Wir haben jetzt also ein Greenscreen. Aha. Bin ja mal gespannt. I doubt it, dass das funktioniert. Aber geht. Ja, schön. Lach nicht. Hast du sehr schön gemacht. Sieht jetzt echt ordentlich aus. Gell? Kriege ich da auch noch eine Einweisung, wo was ist? Gut. Mittlerweile sieht der gute Keller so aus. Ich habe hier jetzt diese Lampen aufgehängt, beziehungsweise sind eigentlich nur so Birnen. Oh, Fokus. Einfach nur so Birnen hier ab. Ich finde, es sieht eigentlich schon ganz cool aus. Ich bin gerade am Vorbereiten vom Essen und ratet mal, was es gibt. Richtig Summer Rolls. Mein Zeitmanagement mit allem, was so gemacht werden muss, ist gerade noch nicht so ganz on fleek. Ich muss irgendwie erst wieder so mit allem klarkommen. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Also eigentlich war es einfach nur heute viel, weil dieses Video, weil mein Kanal super lang gedauert hat und ich eben auch noch den Vlog geschnitten habe und auch noch einen Berg E-Mails hatte. Das war jetzt einfach absoluter Ausnahmezustand. Falls ihr euch übrigens gefragt habt, warum ich im letzten Vlog so wenig mitgevloggt habe, ist nicht, weil ich den Alex alles machen lassen möchte, also kochen und auch noch vloggen und so, sondern ich musste meinen Praxissemesterbericht schreiben, der richtig lang gedauert hat. Und da musste ich ein bisschen Gas geben, weil ich ein bisschen spät dran war. Kennt ihr ja vielleicht. Und ja, da war ich eigentlich Freitag komplett mit beschäftigt, mit schreiben und so weiter. Und Samstag hatten wir dann Freunde da und Alex hat ja in der Werkstatt oder im Keller rumgewerkelt. Jetzt gibt es auf jeden Fall Essen. Summer Rolls. Lecker. Und die letzte Folge der zweiten Staffel. How to get away with murder. Du weißt, was Herbst oder Winter ist, wenn man wieder baden kann. Guten Morgen. Gestern waren wir leider so K.O. nach dem Baden, dass wir das Vloggen ganz vergessen haben. Also es tut uns leid. Ich bin jetzt schon am Frühstücken hier, wie ihr sehen könnt. Und Marie ist schon in die Uni gegangen. Ich werde jetzt ein paar E-Mails beantworten, dann gehe ich, glaube ich, trainieren. Und dann muss ich noch ein paar Bretter mit Walle wieder schleifen und lackieren und so. Und dann wollte ich heute mal noch zu meinem alten Arbeitsplatz schauen, beziehungsweise zu so einer kleinen Firma, wo ich mal gearbeitet habe. Weil den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen und da will ich unbedingt mal wieder vorbeischauen. Also wenn ihr mir irgendwelchen Tipp habt, wie ich dieses blöde Wettlaken besser zusammenlegen könnte, dann bin ich euch sehr dankbar. Schreibt einfach mal unten in die Kommentare rein, weil ich bin irgendwie unfähig. Dieses Ding zusammenzulegen. Zumindest so, dass es schön aussieht. Hallo, jetzt endlich auch mal von mir. Ich bin aus der Uni wieder da. Ich war noch mit meinen Mädels danach kurz bei Dean und David was essen. Dann war ich noch beim DM-Unlaub-Katzen-Vortrag ankauft. Und jetzt bin ich wieder hier. Ich muss jetzt auf jeden Fall ganz schnell mein Video hochladen für heute. Na gut, es ist erst zwei. Ich habe noch Zeit. Und dann muss ich Sachen für die Steuer machen. Yay! Und das Tutorium vorbereiten, was ich Donnerstags halte. Und was war es noch? Was war noch irgendwas? Vielleicht mal zur Abwechslung wieder Sport machen. Ihr wisst, ich will eigentlich, oder mache gerade mein Fitnessblender-Programm. Bisher war ich mit meinem Timing da noch nicht so erfolgreich. Ja, das ist auf jeden Fall mein Plan. Der Kater ist gefüttert. Wäsche hänge ich jetzt erst mal auf. Und ich habe keine Ahnung, wo Alex gerade ist. Oh mein Gott, war das anstrengend mit deiner Hand. Diese Nachricht geht an Alex. Sollst du diesen Block schneidest? Du hast dein Taschentuch mitgewaschen und die ganze Wäsche ist voll mit Tempo. Ups! Dinge, die man in einer WG lernt. Unendlich viel Wäsche auf ein kleines Wäschegestell packen. Wir haben nur zwei ganz kleine Wäschegestelle, weil wir ja beide in einer WG gewohnt haben. Und die Wäsche immer getrennt personenweise in den WGs jeweils gewaschen haben. Und auch nur eine kleine Waschmaschine hatten und deswegen ein kleines Wäschegestell pro Person gereicht hat. Katzechen? Was? Was ist los? Hallo? Flausi, 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 Flausi. Du hattest doch schon was zu essen. Was willst du eigentlich? Du kannst nicht immer Naschis haben. Ja, und du brauchst auch nicht so um deine Kiste rumschleichen. Hallo, Minne. Der Alex ist wieder da. Hallo. Schenke mir noch mehr Aufmerksamkeit, bitte. Psss. Mich liebt er dich nicht. Psss. Oh. Erschieß ihn mit deinem Psss. Ich bin gerade ein bisschen am ausprobieren, ob wir diese 360-Grad-Kamera an unsere Drohne ranhängen können. Weil ich möchte mal ein 360-Grad-Drohnen-Video machen. Was haltet ihr davon, von einem 360-Grad-Drohnen-Video? Also... Die Klappe! Das ist für ein Aufmerksamkeit-Video von Alex. Alex hat angezweifelt, dass wir genug Material dafür zusammen kriegen. Auf jeden Fall wollte ich euch eigentlich fragen, ob ihr das cool findet, so ein 360-Grad-Drohnen-Video. Weil deshalb mache ich hier diese schicke Konstruktion. Dieses Teil, das ist der Schutz für die Kamera. Und ich glaube, ich bohre da jetzt hier so ein Loch durch. Und dann passt diese 63-Grad-Kamera perfekt hier rein. Und dann müssen wir sie nur noch von unten festschrauben. Und dann müsst ihr das Ding abheben. Das ist einfach so witzig, wenn man den Kater sucht, ist er einfach... Ah, nein! Wo ich gerade sagen, da ist der Kater einfach immer in diesem Fache drin. Aber erst in dem Moment, als ich gekommen bin, rausgehüpft. Gell, Mene? Das war ein Fail, würde ich sagen. Das war ein richtiger Fail. Oh, Baby! Wow! Diese kleine Schnute. Auf jeden Fall müssen wir jetzt noch einkaufen gehen. Wir machen wahrscheinlich eine Suppe aus den Resten. Oh, nein! Nicht Kater das Brot in mein Ohr. Wenn ihr auch eine Katze habt, müsst ihr unbedingt mal das Pfötchen ins Ohr schieben. Wir machen auf jeden Fall jetzt eine Suppe aus den Resten von den Summer Rolls gestern. Und müssen deshalb einkaufen gehen. Fokus-Zombie. Was guckst du so greifig? Fokus-Zombie. Ratet, wer bisher noch keinen Sport gemacht hat. Ratet, wer bis eben vor dem Computer saß. This one here. Jetzt gehen wir auf jeden Fall einkaufen. Wer von euch hat den Vlog gesehen, in dem Alex diese Suppe schon mal gemacht hat? Und was war da los? Ich weiß, was da los war. Kleiner Hint, Neuseeland. Kleiner Hint, Marie isst drei Tage alte Nudeln, die die ganze Zeit draußen standen. Kleiner Hint, Marie hing über dem Klo, während Alex eine Suppe für sie gekocht hat. Ja, gut. Diesmal ist das nicht der Grund, sondern einfach nur, weil wir noch asiatisches Zeug übrig haben. Alex hat die Drohne mitgeschleppt. Und die fliegen wir jetzt noch eine Runde und schauen uns Stuttgart bei Nacht von oben an. Von oben, die stürzt sie nicht ab. Sag doch sowas nicht. Riesen-Vail. Dieses blöde Teil findet hier in der Stadt einfach nur acht Satelliten. Und auf blöd, auf scheiß Limnos findet 16 Satelliten, wo nichts ist. Und hier mitten in der Stadt, in der riesen Großstadt. Wir sind echt mitten in der Stadt, ja. Acht Satelliten. Und auf Limnos, als wir in Griechenland waren, auf dieser mini kleinen Pupsinsel, irgendwo im Meer, 16 Satelliten. Ja, ist klar. Und jetzt startet die Drohne halt nicht, weil das dann zu wenige sind. Ähm, gut. Dann gehen wir jetzt einkaufen und probieren das später nochmal woanders. Also die Drohne hat anscheinend irgendwie einen Update gebraucht. Deshalb ist sie nicht abgehoben. Auf jeden Fall kochen wir jetzt. Und ran geht's ans Schnippeln. Also falls ihr auch mal so eine Suppe machen wollt, ihr könnt eigentlich Gemüse reintun, was ihr wollt, also Karotten, Brunnen oder Pilze oder egal was eigentlich. Dann ein bisschen Wasser rein. Und dann auf jeden Fall entweder Gemüsebrühe oder Fleischbrühe. Wir haben Gemüsebrühe genommen. Und dann haben wir vor allem Sojasauce reingetan, weil das gibt dem Ganzen so einen asiatischen Touch. Und dann habe ich gerade noch auch ein bisschen vom Sesamöl rein. Das schmeckt dann auch immer so ein bisschen asiatisch. Außerdem ist ganz viel Curry drin. Während das Essen vor sich hin köchelt, ist Marie am Zeichnen. Was machst du? Erzähl uns. Ich möchte hier auf dieses Brett, was wir angemalt haben, jetzt schreiben, Saltwater is the cure. Aber Salzwasser ist die Heilung. Aber das ist richtig, richtig schwierig, weil ich muss mir das jetzt, möchte ich mir das gerade vorzeichnen. Und also das ist richtig hässlich. So möchte ich es nicht machen, aber so ein bisschen. Und dann habe ich hier gleichzeitig noch so verschiedene Lettering-Bilder offen, so verschiedene Schriften. Und jetzt zeichne mal so eine Schrift hier, ja, mit einem Bleistift. Ich meine, hallo, wie soll ich denn so mit einem Bleistift zeichnen? Schwierig. Viel Glück. Wir haben übrigens so eine, nicht Laser, aber so eine LED-Lampe mit so einem Fisch-Foam gekauft und er rastet völlig aus. Und genau jetzt, wo wir es filmen wollen, rennt er nicht mehr hinterher. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir sind jetzt im Bett. Das Essen war mega lecker. Wir haben dann noch, was haben wir angeschaut? Haters Back Off. Genau, von Miranda Sings. Das war echt ziemlich witzig eigentlich. Also wir sind noch nicht fertig, wir sind bei Folge 4 oder so. Ja, das sind relativ kurze Folgen irgendwie. Und dann geht die 25 Minuten oder so eine Folge. Auf jeden Fall schlafen wir jetzt. Wir hoffen, euch hat der Vlogus gefallen. Und dann sehen wir uns am Donnerstag. Nein, halt, am Montag wieder. Korrekt. Bis dann. Tschüss. Der Vlog ist eigentlich ja schon vorbei, aber das Wetter heute ist so abnormal schön. Und da muss ich unbedingt nochmal mit der Drohne fliegen. Deshalb nehme ich euch nochmal mit. Und let's go. Tschüss. 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 ja da steht die kamera meine nase hallo ich bin am arbeiten nein du bist nicht am arbeiten